Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend meine Damen und Herren. Israel beharrt auf seinem Einfluss in den besetzten arabischen Gebieten. Vor der Knesset, dem Parlament in Jerusalem, hat Ministerpräsident Begin heute seinen Friedensplan erstmals in allen Einzelheiten dargelegt. Dieser Plan ist ganz zugeschnitten auf die Sicherheit Israels und den Schutz der israelischen Siedlungen in den besetzten Gebieten. In seinem Kern sieht er für den Gazastreifen und Westjordanien eine zivile Selbstverwaltung vor. Allerdings wollen die Israelis dort für die öffentliche Ordnung zuständig bleiben und die Frage der Souveränität über die Gebiete offen lassen. Die Sinai-Halbinsel soll nach ihren Vorstellungen entmilitarisiert werden. Einige Einzelheiten. Die Bewohner von Westjordanien und dem Gazastreifen sollen zu ihrer Selbstverwaltung einen elfköpfigen Rat mit Sitz in Bethlehem wählen. Sie sollen entscheiden können, ob sie die israelische oder die jordanische Staatsangehörigkeit annehmen wollen. Die Israelis sollen in den jetzt noch besetzten Gebieten weiter siedeln dürfen, Araber mit israelischer Staatsbürgerschaft auch in Israel. Die israelischen Siedlungen im Sinai sollen auch nach einem militärischen Rückzug unter israelischer Verwaltung bleiben. Die ägyptische Armee soll sich verpflichten, östlich der strategisch wichtigen Pässe Mittler und Gidi keine Truppen zu stationieren. Die freie Zufahrt nach Eilat durch die Straße von Tiran schließlich soll international garantiert werden. Zur Regierungserklärung von Ministerpräsident Begin und der anschließenden Debatte im Jerusalemer Parlament ein Bericht von Eberhard Pitz. Es war gemessen an der üblichen Praxis hier in der Knesset in Jerusalem, heute mit 48 Wortmeldungen eine Marathonsitzung, in der Premierminister Begin seine Verhandlungsvorschläge an Ägypten nun auch dem Parlament und damit der israelischen Öffentlichkeit enthüllt hat. Fazit, sensationelle neue Einzelheiten hat er nicht bekannt gegeben. Und schon vor Beginn der Sitzung stand fest, dass am Ende der Debatte Begins Politik mit Mehrheit gebilligt werden würde. Zwei Punkte hat Begin heute etwas deutlicher gemacht. Ein Rückzug aus dem Sinai kommt nur in Etappen in Frage und in der Westbank und im Gazastreifen sollen die Menschen neben eigener Zivilverwaltung auch die Möglichkeit bekommen, zwischen israelischer und jordanischer Staatsangehörigkeit zu wählen. Wenn Begin auch betonte, dass man nun eben weiter verhandeln müsse, so hat die Debatte heute gezeigt, dass viel weitergehende Lösungen in Israel politisch nur schwer durchzusetzen sein würden. Begins Politik hat die parlamentarische Hürde heute problemlos genommen, weil Oppositionsführer Peres die Arbeiterpartei zur Stimmenthaltung verpflichtet hatte. Das heißt nicht, dass er keine Einwände hätte. Im Sinai, so sagte Peres, habe die Regierung zu eilfertig zu viel angeboten und in der Westbank seien alle Sandkastenspiele müßig, solange Jordanien nicht an den Verhandlungen beteiligt werden könne. In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, dass der gestern verschwundene Außenminister Dayan heute wieder aufgetaucht ist. Nichts ist bestätigt, doch in Israel gilt als sicher, dass er in Teheran gewesen ist. Der Schar konferiert bekanntlich demnächst mit König Hussein. Heute draußen vor der Knesset, gestern vor dem Büro Begins. Die Proteste der Siedler, die um ihre Zukunft bangen, werden nun immer heftiger. Wir leben in Yamit, wir sind fast alle Neueinwanderer. Wir wollen den Ort nicht verlassen. Wir sind mit dem, was sich hier abspielt oder mit dem, was bis jetzt an die Öffentlichkeit getrunken ist, nicht einverstanden. Und vor allen Dingen sind wir mit dem nicht einverstanden, dass wir nicht voll aufgeklärt worden sind, was mit uns ist, was mit dem Landstrich da unten ist. Wir wollen weder unter der UNO-Verwaltung leben, noch wollen wir unter ägyptischer Verwaltung leben. Wir sind ein Teil von Israel und wir gehören zu Israel und wir wollen auch bei Israel bleiben. Der ägyptische Präsident Sadat hat inzwischen noch einmal klargemacht, dass er den israelischen Friedensplan in seinen Kernpunkten nicht annehmen könne. Das gelte für eine Entmilitarisierung der Sinai-Halbinsel ebenso wie für eine zivile Selbstverwaltung in Westjordanien und im Gazastreifen, in der die Israelis für die öffentliche Ordnung verantwortlich blieben. Trotzdem zeigte sich der ägyptische Präsident bei seinen Gesprächen mit Bundeskanzler Schmidt zuversichtlich. Der Bundeskanzler bestärkte Sadat und stellte in Aussicht, dass zu gegebener Zeit die europäische Gemeinschaft einen angemessenen politischen und wirtschaftlichen Beitrag zur Festigung eines Friedens im Nahen Osten leisten werde. Eine direkte Rolle der Bundesrepublik im Prozess der Friedenssuche schloss Schmidt auf einer abschließenden Pressekonferenz aus. Die besondere Verantwortung liege nach wie vor bei den USA und der Sowjetunion. Bundeskanzler Schmidt hatte auf einem Festbankett gestern Abend die Reise Sadats nach Israel und seine Rede vor der Knesset, dem israelischen Parlament in Jerusalem, als eine historische und mutige Entscheidung gewürdigt. Er hoffe, dass sich bald alle vom Nahostkonflikt betroffenen Völker an dem Friedensprozess beteiligen. Zu dem Galadiné im Abdin-Palast der prunkvollen Residenz früherer ägyptischer Herrscher waren zu Ehren der Gäste aus der Bundesrepublik über 500 Politiker, Geschäftsleute und Künstler geladen. Bundeskanzler Schmidt wiederholte die Grundsätze der europäischen Gemeinschaft, dass es keinen Gebietserwerb durch Gewalt geben dürfe. Jedes Volk im vorderen Orient müsse in anerkannten Grenzen leben und die legitimen Rechte der Palästinenser durften nicht verletzt werden. Die Bundesrepublik trete für das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser ein, weil, so Schmidt wörtlich, wir dieses Recht auch für uns selber beanspruchen. Präsident Sadat dankte dem Bundeskanzler für die Zusicherung, dass die Europäer seine Friedensbemühungen aktiv unterstützen wollen. Für den Bundeskanzler ist die Ägyptenreise mit einem großen touristischen Programm verbunden. Heute besuchte er die Sphinx und die Pyramiden von Gizeh in der Nähe von Kairo. Nach dem Stocken der Konjunktur im Herbst zeichnet sich zum Jahresende wieder eine leichte Besserung ab. In seinem Monatsbericht zur Wirtschaftslage meldet das Bundeswirtschaftsministerium heute, dass eine regere Bautätigkeit sowie vermehrte Bestellung von Investitionsgütern allerdings nur aus dem Inland die Erholungstendenz bewirkt habe. Die schwierige Situation auf dem Arbeitsmarkt sei dadurch jedoch nicht erkennbar beeinflusst worden. Zur Konjunkturentwicklung äußert sich heute auch die Arbeitgeberseite. Das ihr nahestehende Institut der deutschen Wirtschaft legte die Ergebnisse einer Branchenumfrage vor. Nahezu einhellig machen die Verbände den Verlauf des kommenden Wirtschaftsjahres von den bevorstehenden Lohnrunden abhängig. Je höher die Abschlüsse, so heißt es, desto geringer die Chance, das erhoffte Ziel auch zu erreichen. Nur wenn der Kostendruck gedämmt werde, könne das Inlandsgeschäft belebt und die Stellung auf dem Auslandsmarkt behauptet werden. Konkret, die Unternehmer fordern höhere Gewinne, ohne die sie im kommenden Jahr wohl kaum mehr investieren werden. Investitionen aber sind dringend nötig, um einige lahmende Wirtschaftsbereiche wieder in Schwung zu bringen. Das gilt vor allem für den Maschinenbau. Diese exportintensive Branche leidet gleich zweifach. Unter der schlechten Konjunkturentwicklung der meisten westlichen Länder und unter der Investitionsmüdigkeit der deutschen Unternehmer. Die bisher bekannt gewordenen Lohnforderungen würden diese Investitionsabstinenz noch verstärken, heißt es. Mit ähnlich düsteren Aussichten gehen auch die Bekleidungsbranche, vor allem aber die Eisen- und Stahlindustrie, der Bergbau und die Mineralölwirtschaft ins kommende Jahr. Weniger schwarz sehen die elektrotechnische, die feinmechanische und die optische Industrie, sowie die Kunststoffbranche. Diese Wirtschaftsbereiche rechnen mit Zuwachsraten auf der Höhe des Vorjahres. Optimismus auch in der Bauindustrie. Die Auftragseingänge, nicht zuletzt aus dem Milliardenprogramm der Bundesregierung, lassen für 1978 eine Steigerung der Bautätigkeit um drei bis fünf Prozent erwarten. Die größten Probleme sieht man hier im hohen Bedarf an Facharbeitern, der schwer zu decken sein wird. Mit guten Aussichten geht die Automobilindustrie ins nächste Jahr. Trotz zunehmendem Konkurrenzdruck ist Hoffmann, den Marktanteil weiter vergrößern zu können. Hohen Produktionszahlen und damit Vollbeschäftigung steht hier praktisch nichts im Wege, im Gegensatz zu anderen konsumorientierten Branchen, in denen Arbeitslosigkeit und die bevorstehende Mehrwertsteuererhöhung zu schaffen machen. Der Dollar hat heute auf den deutschen Devisenmärkten wieder erheblich an Wert verloren. An der Frankfurter Devisenbörse sank der Dollarkurs auf 2,11,25. Gestern hatte der amtliche Mittelkurs noch bei 2,14,90 gelingen. Zur Stützung der US-Währung kaufte die Deutsche Bundesbank heute 17 Millionen Dollar auf. Die ersten vom Wolfsburger VW-Konzern an die DDR verkauften Autos vom Typ Golf sind jetzt ausgeliefert. Unser Korrespondent Lutz Lehmann entdeckte in Ostberlin einige von insgesamt 10.000 Stück. Sie stehen in der Rummelsburger Straße im Ostberliner Bezirk Lichtenberg. Die ersten VW Golf, die aus Wolfsburg in der DDR eingetroffen sind. Sie stehen auf dem Hof des Automobilauslieferungs- und Reparaturwerks IFA der DDR. Aber sie stehen wie versteckt hinter einer ganzen Reihe von Volvo-Limousinen. Und von unserem Standpunkt aus können wir also nur das Dach eines der etwa 40 bis 50 verschiedenfarbigen Golffahrzeuge erkennen. Der Korrespondent der Nachrichtenagentur Reuters will hier erfahren haben, dass die ersten 30 Fahrzeuge des Golfs bereits in der DDR ausgeliefert sein sollen. Aber eine Bestätigung für diese Nachricht war nicht zu erhalten. Andererseits hört man hier, dass die Betriebe aufgefordert worden sein sollen, billige Kredite an ihre Mitarbeiter zu geben, um auf diese Weise den Kauf dieses doch in der DDR äußerst teuren, aber eben sehr beliebten Fahrzeuges zu ermöglichen. Kredite, von denen es heißt, dass sie mit nur 1% verzinst werden sollen. Daraus könnte man schließen, dass die DDR interessiert daran ist, dass der Golf hier, wo viele Menschen ihn kaufen wollen, wo er mit 30.000 Mark aber eben doch ein extrem teures Auto ist, nicht nur ein Fahrzeug für finanziell Privilegierte wird. Die DDR hat in den Wochen vor Weihnachten rund 80 Bundesbürger und Westberliner aus der Haft entlassen. Wie heute in Ostberlin dazu verlautet, gehören sie zu dem Personenkreis, den die Bundesregierung bei finanziellen Gegenleistungen jährlich in den Westen zurückholt. Die 80 Entlassenen waren wegen Fluchthilfe, Devisenvergehen bzw. Verkehrsdelikten zum Teil zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Die 25-jährige Verena Becker wurde heute in Stuttgart wegen sechsfachen Mordversuches zu lebenslanger Haft verurteilt. Der 5. Strafsenat des Oberlandesgerichts sah es als erwiesen an, dass sie sich ihrer Festnahme am 3. Mai in Singen durch gezielte Schüsse auf Polizisten entziehen wollte. Den letzten Protesttag in Stuttgart-Stammheim, der wieder unter starken Sicherheitsvorkehrungen stattfand, beobachtete Rudolf Gerhardt. Dieser von der Öffentlichkeit wenig beachtete Prozess, der erst beim Urteil wieder einige Zuschauer anlockte, ging glatt über die Bühne. Zu glatt nach Ansicht eines der Verteidiger, der von der Demonstration eines Schnellverfahrens gesprochen hatte. Ein Vorwurf, den der Gerichtsvorsitzende am Schluss seiner Urteilsbegründung zurückwies. Im Prozess gegen Verena Becker ging es um eine Tat, die sich vor vielen Augen abgespielt hatte, um Schüsse und Verletzungen, die gehört und gesehen wurden. Nicht um ein mühsames Mosaikbild von Beweisen wie im Badermainhoff-Prozess. Und für den Schuldspruch blieben bis zuletzt nur die allerdings entscheidenden Fragen umstritten, wie oft sie geschossen hatte und in welcher Absicht. Um die Polizisten zu töten oder nur um sie zu verletzen, wie die Verteidiger gesagt hatten. Das Gericht hat in der mehr als einstündigen Urteilsbegründung die Tötungsabsicht als erwiesen angesehen. Es hat die verschiedenen Mordversuche bejaht. Es hat insgesamt gesehen eine Milderung der lebenslangen Freiheitsstrafe abgelehnt. Alles, was den Prozess verlängern, was ihn komplizieren, was ihn hätte schwerfällig machen können, blieb draußen vor der Tür. Der offenbar schwer beweisbare Bubackmord, die Beteiligung an der kriminellen Vereinigung und die möglichen Motive für die Schüsse, also das gesamte ideologische Umfeld der Tat. Mit ihrer Auswahl unter den Anklagepunkten hat die Bundesanwaltschaft zugleich den Kern von Gesetzesänderungen erprobt, die derzeit in Bonn erörtert werden. Sie sollen ermöglichen, Anklagepunkte mehr als bisher nach Gewicht und Beweisbarkeit zu sieben und sie sollen auch nach dem Urteil neue Anklagen ermöglichen, wenn sich Beweise für weitere Straftaten finden. Vielen Dank. Howard Hawks, einer der erfolgreichsten amerikanischen Filmregisseure, ist gestern in Palm Springs in Kalifornien im Alter von 81 Jahren gestorben. Zu seinen bekanntesten Filmen gehören die Western Red River und Rio Bravo sowie der Film mit Marion Monroe, Blondinen, bevorzugt. Zum zweiten Mal innerhalb von sechs Tagen ist in den USA ein Getreidesilo explodiert. Diesmal wurden mindestens zehn Menschen getötet und 24 verletzt. Der Silo von Galwiston in Texas war erst vor zwei Jahren gebaut worden und hatte ein Fassungsvermögen von 8,5 Millionen Hektolitern. Die Feuerwehr vermutet, dass sich der gasseitige Weizenstaub durch elektrostatische Aufladung entzündete. Die Explosion war im Umkreis von über 100 Kilometern zu hören. Aus Frankfurt die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 29. Dezember. Das Tief über der Deutschen Bucht verlagert sich unter Abschwächung südostwärts. Es führt in die westlichen und südlichen Teile Deutschlands kalte Meeresluft, in den Norden vorübergehend kontinentale Luft. Die Vorhersage für morgen. Veränderliche bis starke Bewölkung und Schauer. In den Niederungen meist als Regen oder Schneeregen, im Bergland als Schnee. In höheren Lagen auch am Tage, in den Niederungen morgens stellenweise Straßenglätte. Tiefstemperaturen um den Gefrierpunkt. Im höheren Bergland Dauerfrost. Tageshöchsttemperaturen um plus drei Grad. Im südlichen Teil Deutschlands mäßiger, besonders im Bergland böiger südwestlicher, auf West- bis Nordwestdrehender Wind. Im Norden frischer bis starker, in Böen stürmischer Wind, aus Nordwest bis Nordost. Untertitelung des ZDF für funk, 2017